Wenn Sie es jetzt bitte mal zerreißen würden. Vielen Dank. Sehr viele unterschiedliche Töne kann man alleine mit anderen hier machen. Jetzt kommen wir jetzt an einer hervorragenden Promotionarbeit auch vom U.N. Kackau. Da kommen gerade sehr schöne Pressekritiken auf, die erstens unserer CD irgendwo stammt rein. Man muss heutzutage wahnsinnig sein, wenn man eine Bibel entbündet und vor allem noch kontinuierlich spielen lässt, um dass meine Augen unterschiedlich geschminkt sind und verpflichtend einen da wegzukommen. Das kommt natürlich mit dem Titel zusammen. Und ich finde, alles ist klein. Da bin ich nicht die Erste, die das sagt, aber John Page hat das schon gesagt. John Page hat eine wunderschöne Proposition geschrieben, die Arnold Sequest schickt, für dickwendig zu adaptieren. Genau deswegen habe ich es auch gemacht. Und wird auch diese Lösung bekommen, das Papier, so unterschiedlich, alleine Papier, so unterschiedlich. Und es ist die große, große Frage, ist derjenige, die Arnold Sequest, die uns nicht übersteht. Ist es er, ist es die wahre Begegnung? Das ist die Idee. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Bühne und Sie werden, wenn Sie uns bei der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Bühne und Sie werden, wenn Sie uns bei der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Bühne und Sie werden, wenn Sie uns bei der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Bühne und Sie werden, wenn Sie uns bei der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Bühne und Sie werden, wenn Sie uns bei der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Bühne und Sie werden, wenn Sie uns bei der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Bühne und Sie werden, wenn Sie uns bei der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Bühne und Sie werden, wenn Sie uns bei der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Bühne und Sie werden, wenn Sie uns bei der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Wir begrüßen für die Verfolio wieder auf der Anleitung kommen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.